Und herzlichen Glückwunsch auf diesem Kanal, eine echte Folge, weil wir alle Folgen vorhin, die ich jetzt auch geschnitten habe, hochgeladen habe. Wahrscheinlich ist es noch nicht auf YouTube, keine Ahnung, aber wenn ihr diesen Video seht, dann ist es schon auf YouTube. Ja, alle Videos waren ein bisschen vorgearbeitet und ich habe jetzt einfach übelst Bock bekommen, wie das war, man jetzt zu spielen, nach einer langen Zeit. Ah ja, ich glaube, dann wäre es voll. Ich hätte auch wieder übelst Bock bekommen auf Slime Rancher. Ich werde jetzt auf jeden Fall Slime Rancher mehr zocken. Hm, jeder ist hier voll, aber niemand macht etwas. Klasse. Ja, auf jeden Fall, dieses Welt, dieses Welt ist gerade da richtig weit. Wenn ihr euch fragt, wieso jetzt auf einmal so ein Legs, das FPS Drops sind, das ist wegen diesen Hühnerfarm hier, was ich, ein echt krasses Hühnerfarm ist, was hier gerade. Ich hätte sogar diese Drachen wahrscheinlich, diese Slimes werden ein bisschen vernachlässigt. Ich muss die mal kurz ein bisschen füttern, den hat auch eigentlich Generell, also Generell, Fleischverlässe, habe ich weiß. Du hast Pogo-Frucht, Typ-Frucht. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was. Wieso müssten die Autos so scheißlaut sein? Ja, auf jeden Fall, hier sind alle auch wieder voll mit Rota, Cota. Den Typ haben wir keine Ziele. Ich muss noch den anderen DLC machen, damit ich da auch den Runge bekomme. Und auch von Victor den Runge bekomme, also von diesem Alzer. Hier sind halt so viele Hühner, dass ich die größten FPS Drops auf Erden bekomme. Ja, was wollte ich machen? Keine Ahnung, Bruder. Keine Ahnung, aber ich muss doch in die Höhle. In die Höhle. Ich mache kurz mein Wasser voll. Ja, Bruder. Dann werden wir heute auch in dieser Folge das hier versuchen. Das da. Alles der Folge habe ich noch immer nicht gefunden, seit den alten Folgen. Also ja, hier muss da auf jeden Fall was getan werden. Also machen wir das hier. Und dann habe ich diesen alten Hühnersammler, glaube ich, oder keine Ahnung. Und ich brauche zehn, um dieses Ding zu machen. Aber jetzt verstehe ich es auch besser. Letzt du. Gib mir Ammonischem. Ich brauche mehr Ammonischem. Warte, ich glaube, da oben ist ein Superpower, ja. Und ja. Ich will es gerade wirklich einsammeln, damit ich die bekomme. Ach, die heile Muttermarie. Das Ding ist mein Aim. Mein Aim in diesem Spiel, ne. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen werde. Weil das halt einfach Slime Rancher. Wer braucht denn mit in diesem Spiel Aim? Aber man braucht... Man braucht Aim. Ey. Das geht hier gleich vorbei. Ich habe noch nur 40 Sekunden. Warum ist das so Dings? Schnell vorbei. Okay, das habe ich gerade verkackt. Ich kann noch mitlaufen. Ey, da kommen noch zwei. Komm back. Alter, mein Aim. Ich habe nur 24 gesammelt. Wie sammeln die anderen Leute da einfach 100 und so? Ich verstehe sie nicht. Man braucht, glaube ich, hier irgendeine Route oder so. Ja, diese Dinger sind so gut, ne. Diese Dinger sind so gut, aber wegen des neuen Updates. Man kann einfach nicht sehen. Man kann einfach nicht durchsehen. Aber wenn man da reinschießt, kann das schon gut fahren. Au. Alle. Ach, schade. Seht ihr? Ich glaube, man braucht hier dies. Ja, das ist das Place. Das ist der Place. Das ist der Place. Ich muss auf jeden Fall das hier merken. Ich brauche dann diese Gummibands. Elf Minuten, elf Minuten, dann muss ich das wieder tun. Okay, jetzt geht's. Hier. Ich glaube, wir werden das nächstes Mal besser tun. Ich habe noch zwei Schlüssel. Also ich hoffe, Updates werden auf jeden Fall kommen. In Slime Ranger, bitte. Ich will Updates in Slime Ranger haben. Dankeschön. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal schnell zum Labor. Alf Beers Drops. Alf Beers Drops. Alf Beers Drops. F F F F F F F F F Beers Drops. Wieso seid ihr hungrig? Füttert die doch einfach. Aber es geht. Ich will kurz füttern. Käpt'n. Knauf. Knauf. F F 22. Ich kann nicht mal seine Namen aussprechen. Hey, er wußte vonBig Gut gemacht. Aber Käpt'n, du musst hier zurück. Ja. Bist du eine Laborarbeiter? Alter, ich schwöre es euch, ne? Ich bin einfach nicht ziel. Warte, was? Das geht nicht. Wait a minute, who are you? Ich habe was, bin fool mit Pinkblood. Ah ja. Dann würde ich sagen, heute, ich könnte so einen Mastercode machen. Ah ne, ich kann keinen Mastercode. Oh, Fortske. Ich kann so einen, ich will das aber nicht. Ich könnte auch, ich könnte so einen fortgeschrittenen Drohne nicht machen. Mann, mein Headset. Ich kann sowas auch nicht machen. Ich brauche dafür dieses andere Board. Ja, wir gehen einfach hier rein und machen. Und machen Sachen. Ja, ich bekomme den Labor für 600. Ich habe 535 gerade. Ich würde dann sagen, begehen wir mal. Ich habe gesagt, dann begehen wir mal. Okay, meine Hand jetzt. Okay. Wo ist das? Achso, das muss ich sagen. Ich finde, das Musik ist so geil. Wo ist das? Sweetie Slimes. Kommt her. Ja, ich habe die. Ich nenne die einfach Suicide Slimes, weil sie das wirklich sind. Alle. Ey, Suicide Slimes, kommt her. Das ist auch einer, ne? Ja. Die lieben es, so Katzen zu sagen. Ich glaube, ihr Lieblingsschleim ist Katze. Puff. Also. Ich sag's euch. Wieso sind die fast immer nur Katzen? Komm mal. Der ist wieder eins. Ey. Nochmal. Das ist ein Suicide Slime. Komm mal. Ja. Das war ja klar, ne? Uff. Das Ding ist, die Begehende selbstmordiert ist nicht. Die wollen nur, dass ich den nicht fange. Der ist schon wieder ein Katzen. Ihr sagt mal, wir müssen mich eigentlich komplett verarschen. Suicide Slimes. Ey, ich kann dir aber nicht einsaugen, ne? Das ist einsaugen. So. Ah, ja. Kein Frieden für Suicide Slimes. Suicide Slimes Life Better. Life Better, ja. Life's Better. What? Das ist auch ein Suicide Slime Nest? Das ist ein Läger Nest. In Läger Nest. Also der hat sich verdoppelt. Das ist ein Virus. Da sind ja so ver... ...dingseln sich auch Viren in den Computern. Höchstwahrscheinlich. Also wenn das auch einer ist, dann... Okay. Wir können jetzt weiterziehen mit 41 Dingen. Das ist schon wieder mit dem Katze kombiniert. Ey, sag mal. Das finde ich auch viel, viel cooler. ...als das andere DLC. Oh mein Gott. Was für... Alter, hier sind noch Suicide Slimes. Echt viele. Komm zurück. Wieso kann man die für den Ranch halten? Das ist einfach voll cool. Ich hätte dich gesehen, du Suicide Slime. Rück rein kannst du, aber dich verstecken kannst du nicht. Ist das auch ein Suicide... Ey. Nein. Nein. Siehst du deswegen nicht die Suicide Slimes? Weil die sich selber umringt. Also die wollen nicht, dass ich sie bekomme. Aber die bringen sich dafür sogar selber um. Komm her. Ich hab gesagt, komm her. Keine Suicide Slime. Er hat Hoffnung. Könnte das auch Suicide Slime sein? Ich glaub nicht. Der ist das, aber kein Suicide Slime. Let's go. Ich hab keine Ahnung, wie lange wir Zeit haben. Suicide Slime, ne? Ich wusste es. Das ist halt einfach eine Katze, ne? Oh mein Gott. Ah, der ist auch ein Suicide Slime. Komm her. Ich weiß, die sind so schnell. Ich hab gerade keine Ahnung, wie das von Harry Potter heißt, aber dieses Ballsportball. Und das goldene Ball. Ich hab vergessen, wie das heißt. Genau diesen... Ich hab den umgebracht. Das Pilz ist safe. Ich hab's gesagt. Okay, wir haben keinen Zeugner. Oder weißt du was? Ich sammle die einfach auf. Ist mir scheiße, oder? Der Ausgang wurde noch nicht markiert, also... Die Actual Virussen, also Viren. Virussen. Ich glaub, so ein Wort gibt's jetzt nicht. Was? Ich will keine Suicide Slimes verlieren, bitte. Zeig mir den Ausgang, ja? Nope. Wo ist das Ausgang, oder der Ausgang, oder die Ausgang, oder was auch immer? Hä? Die. 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 Komm her. Ah ne. Ich dachte schon. Ey, diese... Ich wusste, ich wusste halt einfach so hatten. die. Ich wusste, ich wusste, ich wusste nicht. Oh mein Bein, ah! Mein Bein. Mein Bein. Bein ist eigentlich schlafen. Hier deine Fehlermeldung. Fast 100. Ich glaub, wir haben doch 600 jetzt, oder? oh my god wow oh my god what what can i go in no i want a puddle slime i want a puddle slime the slime mayor i don't know i don't know i feel like in jurassic parks so ein slime museum kann man die da irgendwie rein tun kann man das slimes irgendwie als decoration und halt als dass es einfach cool ist rein tun wie gibt das das ist krass was ist da oben victors labor erdkern ok ist da wirklich so aus wie so ein erdkern wir gehen paddelslimes zu holen also was wir gehen zum wir müssen paddelslimes holen ja deswegen muss ich jetzt mein energie aufladen thank you wenn ich das geschafft habe dann schieße ich da so ein paddelslime rein habe ich dann da einfach paddelslimes im wasser ich bin grad zum falschen aufgelangen es juckt mich grad nicht hier hier ich wollte hier lang run to the safety zone ich habe noch Platz für slime oh oh jille mit dir okay hat keine ahnung ahja hier da hier lang hier lang thank you thank you very much wassup fuckers oh oh ich nehme da mehr mit wenn es klappt wenn wenn mein vermutung klappt dann klappt es halt und vielleicht ist es so ein riesige gehege für für paddelslimes das wäre irgendwie komisch keine ahnung wir probieren es aus pfitzenslime jetzt werden wir es versuchen und wenn es klappt dann bin ich sehr fröhlich denn dann hat mein vermutung geklappt und es wäre echt gut energie laden energie ich habe gesagt ja nein ich will nicht rennen ja ja und ich hoffe jetzt mein vermutung klappt let's go tue ich nein falsch nein falsch ich kann nicht sag es dir ich kann wow es ist reingegangen hä ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht aber gib mir einen slime ich hab gesagt ein slime danke Jut und Jut, Jut und Jut, Jut und Jut und Jut und Jut. Ihre. Your little piece of shit. Ach so. Das ist lame. Ich dachte man kann da irgendwas cooles machen. Das ist aber lame. Sehr lame. Mega lame. Wait a minute. Garten. Und einen Hühnerstahl. Perfekt. Und hier mache ich dann ein Gehege. Gehege. Jetzt will ich mal geklappt. Gehege. Hühnerwände, Fangnetz, Musikbox, Plot, Sammler, Frutter, Automat. Gut. Und jetzt. Gut. Ja das, das wusste ich. Das ist jetzt gewusst, dass sowas klappen wird. Ist auch geil. Das ist sowas. Dass sowas geht. Das ist geil. Ich bin the master. Ich bin the master. Of the ad. Kann ich auch noch Sachen platzieren? Was? Hier habe ich so ein Laboratorium. Ich bin ein Laboratorium. Ich bin ein Laboratorium. Ich bin ein Laboratorium. Oh. Dann plötzlich das hat jetzt jetzt noch nicht in mein Laboratorium. Gibt das denn irgendwas bei meinen wunderschönen Dekorationen? Irgendwes, was da dann kommen könnte. Das ist zu teuer. Das... Das... Kann ich zu sehen? Ja, kann ich zu sehen. Okay, let's go, let's go. Ich weiß, ich mache erstmal Dekoration. Für mein Laboratorium. Ja, wie spricht es richtig aus? Uff, uff, uff. Juts. Uff, uff, uff. Juts. Uff, 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 uff. Juts. Uff, 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 uff. Gut. Hab ich jetzt schon tatsächlich den Cactus. Es hat aber kein Gesicht. Wieso hat es kein Gesicht? Das irritiert mich. Okay. Wir haben in dieser Folge etwas geschafft. Ich freue mich, wenn ihr ein Like und Abo auf diesen scheiß Abo-Knopf drückt. Das wäre geil. Und ja, ansonsten, was ist das mit der Folge? Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge schon geht. Aber, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Dass ihr diese Slime Rancher Let's Play mögt. Ja. Ja. Dann würde ich sagen. Ja. 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 Ja.